Wenn ihr eure Hörspiele in Streaming-Plattformen listen wollt, führt kein Weg an den Distributoren vorbei. Die Frage ist nun, was sind eigentlich Distributoren und was kosten diese? Sind sie immer kostenpflichtig oder gibt es auch kostenlose? Dieser Frage gehe ich in diesem Video nach und wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt einfach dran, wir legen direkt los. Glück auf und willkommen, ich bin der Daniel von MeinOhrenkino. Wie schon erwähnt, soll es in diesem Video um das Thema Distributoren oder Aggregatoren gehen. Ich erkläre euch einfach, was sind genau Distributoren, warum brauche ich die und sind die zwingend notwendig und kann ich das Ganze nicht einfach direkt bei den Streaming-Diensten hochladen, gibt es rechtliche Probleme und so weiter und so weiter. All das klären wir auf jeden Fall in diesem Video. Wenn ihr Fragen dazu habt, ihr wisst ja einfach unten in die Kommentare schreiben und ich versuche eure Fragen gerne zu beantworten. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, was sind jetzt genau Distributoren und warum brauche ich die? Distributoren sind eigentlich nichts anderes als sogenannte, ja ich würde es mal übersetzen mit Vertriebshändler, die für euch eure Hörspiele oder Musik natürlich an die ganzen Shops ausliefern. Dann könnt ihr es bei den Distributoren hochladen oder bei einem Distributor und der kümmert sich dann darum, dass die ganzen Sachen bei Spotify, Apple und so weiter gelistet sind und er zahlt euch dann aus, wenn die Sachen eben verkauft werden und das Ganze natürlich einfach insgesamt, ich sage mal, monetarisiert ist. Darum soll es ja überhaupt gehen. Es gibt natürlich auch eine Version bei Spotify zum Beispiel, könnt ihr über den Open Podcast eure Sachen auch hochladen, dann könnt ihr das Ganze aber nicht monetarisieren. Deswegen soll es in diesem Video darum gehen, wie ihr eure Hörspiele in den Streamingdiensten eben monetarisieren könnt. Auf das einzelne Prozedere will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil das ist immer so ein ganz klein wenig unterschiedlich. Generell aber ist es so, dass wenn ihr die Sachen hochladet, werden auch die Sachen überprüft, ob ihr wirklich alle Rechte habt, beziehungsweise ob die Sachen nicht schon mal woanders irgendwo gelaufen sind und ihr müsst natürlich immer bestätigen, dass ihr auch die Nutzungsrechte beziehungsweise die Urheberrechte daran habt, sonst funktioniert das Ganze nicht und ihr sagt auch ganz klar, wenn ein Verstoß vorliegt, dann ist der Vertrieb dafür nicht zuständig, sondern ihr haftet für das Ganze. Die Nutzungsrechte, die ihr übertragen müsst, sind lediglich diese, dass die das in die Plattformen übertragen dürfen beziehungsweise in die Shops übertragen dürfen und für euch in eurem Namen quasi Gelder kassieren, die sie dann später an euch auszahlen. Das heißt, ihr übertragt denen keine Besitzrechte oder sonst irgendwas, Urheberrechte kann man ja sowieso nicht übertragen, sondern lediglich Nutzungsrechte, aber ihr überträgt auch wirklich nur das notwendige Nutzungsrecht, das die Distributoren brauchen, um das Ganze an die Shops auszuliefern. Alle anderen Rechte bleiben definitiv bei euch. Aber nach welchem Kriterium habe ich jetzt eigentlich diese Distributoren, die ich euch gleich vorstelle, ausgewählt? Ich habe mir dazu einige Top-Ten-Listen angeguckt, habe geschaut, wer ist da so drin und habe mir dann die Angebote der einzelnen Distributoren angeguckt und habe mir dann die rausgesucht, wo das Angebot einfach so ein bisschen anders ist. Das heißt nicht, dass alle identisch sind, sondern ich wollte ja auch euch so ein kleines Spektrum zeigen, was möglich ist. Und danach habe ich die Kostenpflichtigen ausgewählt, dass sie halt auch unterschiedliche Angebote haben, unterschiedliche Preise haben, damit es für euch auch ein bisschen interessanter ist, was eigentlich überhaupt so geht auf dem Markt. Bei den Kostenlosen habe ich es so gemacht, das war die Voraussetzung, dass sie einen kostenlosen Account anbieten, wo sie auf jeden Fall in die Shops wie Spotify und Co. ausliefern und nicht nur auf Social Media. Bei den Kostenpflichtigen sind fast immer irgendwelche kostenlosen Accounts dabei, die liefern aber eben nur eure Hörspiele oder eure Musik auf die Social Media Plattform aus und das war mir nicht genug, weil wir wollen ja die Hörspiele letztendlich monetarisieren. Aber ich will auch nicht lange drum herum reden. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die fünf kostenpflichtigen Distributoren an. Danach gehen wir auch in drei kostenlose Angebote, die ich rausgesucht habe. Hierbei geht es nicht um eine qualitative Wertung oder eine Empfehlung, wo ihr auf jeden Fall hingehen solltet. Es dient alles lediglich einer Übersicht. Deswegen auch die Information nur so, dass ihr ungefähr wisst, was euch da erwartet, wenn ihr da zum Beispiel einen Account einrichten wollt und auch da eure Hörspiele hochladen wollt. Also, ich würde sagen, wir legen los. Kommen wir zu dem ersten Distributor auf meiner Liste und zwar TuneCore. Wir gehen einmal hier auf die Preise. Ihr seht, das erste ist Rising Artist. Das kostet roundabout 15 Euro pro Jahr und bezieht sich immer auf die Kosten für einen Künstler. Ihr habt dann hier unbegrenzte Musik, die ihr hochladen könnt und das wird in 150 digitalen Stores verteilt. Ihr müsst trotzdem wissen, ihr solltet vorher bei jedem Distributor nachfragen, ob die auch Hörspiele vertreiben, weil das macht nicht jeder. Ich zeige euch nachher auch ein Beispiel, wo das nicht passiert ist. Das wusste ich vorher nicht. Deswegen fragt bitte vorher nach, ob die eben auch Hörspiele vertreiben oder Hörbücher, weil in den Angeboten steht immer nur Musik. Das heißt also, es ist nicht zwingend so, dass damit auch Hörspiele und Hörbücher gemeint sind. Das nur als kleine Information. Gucken wir uns mal das nächste Angebot an. Das nächste wäre hier Breakout Artist. Das kostet dann schon 30 Euro im Jahr und Professional kostet 50 Euro im Jahr. Was genau das bedeutet oder was da alles enthalten ist, können wir hier der Liste hier entnehmen. Dann seht ihr ja noch, es gibt jede Menge Vorteile, die man hat, wenn man eben dafür bezahlt. Ein wichtiger Aspekt zum Beispiel, worauf ihr achten solltet, wäre der hier. Und zwar 100% der Einnahmen aus digitalen Stores. Das ist bei allen Kostenpflichtigen enthalten. Das bedeutet, wenn ihr Geld verdient, zieht sich TuneCore nicht noch irgendwie eine Marge, sondern ihr kriegt 100% der Einnahmen. Was wäre denn noch interessant für euch? Verwende deine eigenen ISRC. ISRC, das bedeutet International Standard Recording Code. Das ist nichts weiter als eine Identifikation von eurer Musik. Das ist also ein einmaliger Code, der vergeben wird. Und damit könnte man eure Musik, euer Hörspiel identifizieren. Bei TuneCore ist es so, der Preis gilt pro Künstler. Das heißt also nicht pro Album, nicht pro Song, sondern wirklich pro Künstler. Und bei Professional gibt es hier noch eine Option, wenn ihr, hier unten steht es, Kosten pro weiteren Primary Artist auf deinem Release. Das heißt, wenn du noch einen zweiten Künstler hast, würde der zusätzlich 14,99 Euro pro Jahr kosten. Das jetzt nochmal so als Übersicht. Der nächste Distributor, den wir uns anschauen, heißt United Masters. Auch hier schauen wir uns mal an, was die zu bieten haben. Und dann schauen wir uns mal an, was es noch für Sachen gibt. Hier gibt es einmal das Select. Da seht ihr, da behaltet ihr zum Beispiel 100% von euren Einnahmen. Ihr könnt so viel Musik hochladen, wie ihr wollt. Was das genau heißt, müsste ich nachlesen, kann ich euch nicht sagen. Dann gibt es hier noch spezielle Marketing Tools, womit ihr eure Musik halt noch zusätzlich promoten könnt. Ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Und ihr seht, die Kosten dafür liegen hier schon mal bei knapp 60 Euro im Jahr. Ist aber schon ein kleiner Unterschied. Genau, hier haben wir doch mal so eine genauere Übersicht, was das Ganze beinhaltet. Also diese 60 Euro pro Jahr, beziehungsweise hier steht noch Dollar. Ich muss mal gucken, kann man das einstellen auf Euro? Ne, kann man nicht. Müsst ihr euch umrechnen. Also es ist etwas weniger als 60 Euro pro Jahr. Das hatten wir ja schon. Ihr könnt also 100% von euren Einnahmen überhalten. Ihr könnt unendlich Musik hochladen. Dann gibt es hier noch eine extra Artist Page, die ihr euch zusammenstellen könnt. Sowas wie eine Landingpage, worauf man verlinken könnte. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und was gibt es hier noch? Das sieht mir so aus. Genau das hier unten. Das scheint mir sowas zu sein, dass man eure Musik oder eure Hörspiele noch so tontechnisch so ein bisschen verbessern kann. Das sind so Tools, die da drüber laufen und das Ganze vielleicht noch ein bisschen glatt bügeln oder vielleicht ein bisschen Bass hinzufügen. Hier Dolby Mastering lässt ja darauf schließen. Das heißt, ihr habt für die 60 Euro bekommt ihr auch ein bisschen was. Ist also auch nicht ganz billig, aber auch nicht unverschämt teuer, wie ich finde. Der nächste Kandidat heißt Music Gateway. Auch dieser Dienst steht euch nur in Englisch zur Verfügung. Sollte aber wie gesagt kein Problem sein. Pricing. Gehen wir da mal drauf. Genau. Dann gibt es den Pro Account für 22 Dollar im Monat. Aber hier oben kann man zum Beispiel noch umschalten auf Euro. Heißt also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, 15 Euro im Monat. Ihr könnt dann 80 Tracks insgesamt hochladen. Was sich ungenauernter Songmanagement verbirgt, weiß ich nicht. Und ihr könnt dann pro Monat 80 Tracks hochladen. Und Masters per Month würde ich mal behaupten, dass die nochmal so einen Dienst anbieten, wo die eure Musik ein bisschen pimpen. Und davon könnt ihr halt 5 Tracks im Monat dann pimpen lassen. Das hier bedeutet Distribution Revenue ist glaube ich die Einnahmen aus dem Vertrieb, aus der Veröffentlichung. Dann gibt es hier noch die Einnahmen, das sind 100%. Heißt also, ihr bekommt 100% von euren Einnahmen. Wenn dann noch ein Verlag dahinter steht, so würde ich das interpretieren, wären es dann halt nur 90% davon. 10% bleiben dann eben bei Music Gateway. Und wenn ihr dieses Sync Placement Revenue macht, wären es 70%. So wie ich das richtig verstanden habe, ist Sync Placement, das bedeutet, ihr habt eine Musiklizenz und eure Musik in dem Fall würde in irgendwelchen visuellen Medien usw. benutzt werden. Und diese Musiklizenz wird dann einfach auf alle, die das benutzen, synchronisiert. Und also im Prinzip sind das sowas wie Unterlizenzen, würde ich mal sagen. Und davon bekommt ihr dann eben 70% und 30% bleiben bei Music Gateway. Und ihr seht bei dem Unlimited Account unterscheidet sich das so, ihr könnt eben, wie der Name schon sagt, einfach unendlich viel hochladen. Und ihr könnt auch unendlich viele Masters davon erstellen lassen, beziehungsweise, dass die, glaube ich, also so würde ich das wie gesagt verstehen, dass die das vielleicht nochmal für euch überarbeiten würden. Müsste ich aber nochmal nachgucken, was das genau heißt. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, wenn einer von euch damit Erfahrung haben sollte, was denn hiermit genau gemeint ist. Die Einnahmen aus der Veröffentlichung wären dann einfach wieder auf 100%. Und ihr seht, dass hier lediglich die Prozente ein bisschen höher sind. Das heißt, wenn ihr hier die Unlimited benutzt, zahlt ihr 25 Euro im Monat. Und ihr habt ein bisschen mehr, wenn Sachen verkauft werden. Das heißt, euch bleibt ein bisschen mehr über am Ende. Hier ist auch nochmal eine kleine Übersicht. Da könnt ihr euch auch immer drauf gucken, wenn ihr nicht genau wisst, was steckt denn jetzt alles drin. Die haben eigentlich fast immer so eine kleine Übersicht. Und auch hier wieder gibt es so einen individuellen Code, dass man eure Musik genau identifizieren kann. Ihr habt, wie gesagt, also das bedeutet eigentlich nur, dass, also alle Rechte und so weiter bleiben ja bei euch. Ihr gebt ihnen nur die Nutzungsrechte, dass sie es für euch vertreiben dürfen und an die Shops bringen dürfen. Also mehr bedeutet das ja nicht. Hier seht ihr, das sind also über 300 Shops, die sie halt beliefern würden. Und das ist eben nur bei den kostenpflichtigen Accounts und noch eine ganze Reihe mehr, was man hier machen kann. Also ihr seht ja jetzt schon, wir hatten jetzt drei Modelle so vorgestellt. Und alle haben so Kleinigkeiten, die sich unterscheiden. Manchmal zahlt ihr im Jahr, das ist jetzt hier eine Monatspauschale. Und die sind alle ähnlich, sage ich mal, die Angebote, aber eben nicht exakt gleich. Nummer vier auf der Liste ist DistroKid. Den habe ich auch immer wieder in den Listen gefunden. Und das gibt es auch alles auf Deutsch, was ich ganz gut finde. Allerdings muss ich sagen, ist so die Information, die man da kriegt, jetzt so ein bisschen spärlich. Das einzige, was man eben rausgekriegt hat, ist hier. Ihr zahlt einmal im Jahr ungefähr 21 Euro und könnt dann unbegrenzt Musik hochladen. Ein paar Informationen geben sie ja doch. DistroKid behält davon gar nichts. Also das heißt, auch da kriegt ihr 100% von den Einnahmen gehen an euch. Zufällig dachte ich, ach, ich melde mich vielleicht einfach mal an, vielleicht kriege ich ja ein paar Informationen. Und ich hatte noch einen alten Account. Ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mich da mal angemeldet habe. Und wenn man sich in den Account anmeldet, dann hat man auch hier diese kleine Übersicht. Da können wir jetzt also nochmal reingucken und uns das Angebot von DistroKid nochmal genauer angucken. So und ihr seht, es gibt hier einmal die Pauschale, die bleibt 21 Euro pro Jahr, gilt für einen Künstler. Und ihr seht hier, da ist auch einiges dabei. Dann gibt es die nächste Version, das ist für die Musician Plus, würde ich sagen, 40 Euro. Da könnt ihr schon zwei Künstler nehmen und man spart sich hier noch ein bisschen Geld. Und dann gibt es zum Schluss noch den Ultimate Account. Der kostet around 90 Euro pro Jahr bzw. 90 Dollar pro Jahr. Und hier sind sogar bis zu 100 Artists möglich. Das ist schon mal halt nicht schlecht. Den letzten Distributor, den ich euch zeigen möchte, ist CD Baby. Und auch diesen gibt es wieder nur auf Englisch bzw. man könnte sie noch auf Spanisch angucken, aber bringt uns ja auch nichts. Hier zahlt ihr nicht pauschal für einen Künstler, Künstlerin oder sonst was, sondern ihr zahlt hier einfach 10 Dollar für eine Standard Single. 49 Dollar, also 50 Dollar für eine Pro Single. Was das genau bedeutet, müssen wir uns ja noch angucken. Und das gleiche gilt eben für ein Album, ein Standard Album und das Pro Album kostet auch 50 Dollar. Das heißt, hier ist es so, dass ihr nicht pauschal, sondern ihr zahlt wirklich nur dann, wenn ihr etwas hochladen würdet. Ist auch eine Möglichkeit. Ich finde diese Pauschalsachen persönlich immer so ein bisschen besser, weil man die Kosten halt besser im Blick hat. Schauen wir uns aber jetzt nochmal ganz kurz an, wo denn der Unterschied zwischen Standard und Pro liegt. Und der liegt exakt bei diesen beiden Punkten. Bei dem ersten Punkt, Worldwide Publishing, Royalty Collection, würde ich mal sagen, darum geht es um die, bei den Verwertungsgesellschaften, dass ihr da die Gebühren bekommt, die angefallen sind, wenn die eure Sachen halt abspielen. Und das untere wäre wahrscheinlich die Registrierung bei den Verwertungsgesellschaften, wie zum Beispiel die GEMA, dass ihr da irgendwie auch vertreten seid und natürlich dann, wenn die Sachen im Radio oder sonst wo gespielt werden, dass ihr dann eben auch die Vergütung dafür bekommt. Das würde ich zumindest so verstehen. Kommen wir jetzt aber also zu den kostenlosen Angeboten. Der erste kostenlose Dienst oder der erste kostenlose Distributor wäre Rootnode. Damit habe ich eben auch eigene Erfahrungen gemacht. Das war mein erster Distributor. Ich habe aber nur später erfahren, dass die gar keine Hörspiele vertreiben, weil es wurde immer abgelehnt und ich habe nicht verstanden, warum, bis mir dann der Support geschrieben hat, ja, dass die eben keine Hörbücher und Hörspiele und so weiter vertreiben oder an die Shops verteilen, sondern nur ausschließlich Musik. Deswegen der Hinweis, nicht oft genug, bitte nachfragen. Hier steht es nochmal, also der Dienst ist kostenlos, aber er liefert eben auch an alle Shops aus und das ist der springende Punkt. Auch hier könnt ihr Unlimited Artists hochladen. Das ist wirklich ein absoluter Vorteil, deswegen fand ich diesen Dienst auch so geil. Und ihr könnt so viel hochladen, wie ihr wollt. Lediglich behaltet ihr nur 85% von euren Einnahmen, was ich tatsächlich völlig okay finde. Der nächste kostenlose Dienst auf meiner Liste ist Dictis. Dictis, so heißt er eben. Gucken wir uns auch hier mal an, was das Ganze kostet. Okay, wahrscheinlich wenn man sich anmeldet, kriegt man noch mehr Informationen, aber schauen wir uns mal an, was er hat. Einmal gibt es den digitalen Vertrieb. Genau. Und dann hat er so ein paar innovative Tools. Das sind oft Sachen, dass man die Musik und so weiter verbessern kann. Monetarisierung auf YouTube. Genau. Schutz deiner Rechte. Das bedeutet vermutlich Rechte bei den Verwertungsgesellschaften. Genau, wir kümmern uns um deine Rechte bei den Verwertungsgesellschaften. Die Frage ist natürlich auch immer, ob ihr das überhaupt wollt, aber die würden es dann für euch übernehmen. Heißt also Verwertungsgesellschaften, sowas wie die GEMA. Genau, aber hier steht eben auch nochmal, wir helfen dir dabei, die Platzierung auf Beatport, Spotify, Apple Music und anderen Plattformen zu bekommen. Das heißt eben, sie liefern auch an die ganzen Shops aus und nicht nur auf Social Media. Und darum geht es ja. 100% kostenlos. Im Gegensatz zu vielen anderen Mitbewerbern verlangen wir keine Gebühr für unseren Vertriebsservice, sondern beteiligen uns schlicht an den Labelumsätzen, die du durch uns generierst. Deshalb versprechen wir dir bestmögliche Betreuung, um deine Umsätze zu steigern, denn wir verdienen erst dann Geld, wenn du Geld verdienst. Die Frage ist nur, wie viel? Das steht hier irgendwo nicht. Auch klar, die kriegen halt für jeden Verkauf eine kleine Provision. Wird wahrscheinlich auch so um die 15% wahrscheinlich sein. Ist also, wenn dann im Rahmen, das machen andere ja auch. Kommen wir dann zu dem nächsten Distributor. Der letzte kostenlose Distributor, den ich euch vorstellen möchte, ist Muse. Schauen wir uns da auch mal an, was er zu bieten hat. Und hier könnt ihr also sehen, das Starter-Kit ist wieder kostenlos. Dann gibt es noch einen für 25 Dollar im Jahr und nochmal einen für 60 Dollar im Jahr. Wir wollen uns aber nur den kostenlosen angucken. Und da habt ihr, ihr seht hier, das war die Voraussetzung. Er liefert an die großen Shops aus. Dann könnt ihr nur ein Release pro Monat hochladen und die Time Release dauert vier Wochen. Das ist relativ normal, das ist bei den anderen auch so. Wenn ihr etwas hochladet oder wenn ihr ein neues Album veröffentlichen wollt, dann braucht das immer eine Zeit, bis das alles geprüft wird. Und das dauert meistens so bis zu vier Wochen, bevor das überhaupt in die Shops ausgeliefert ist. Deswegen ist auch alles hier völlig in Ordnung. Bei den anderen kostenlosen Distributoren, die ich mir angesehen habe, sind die Sachen halt immer ähnlich. Deswegen ist da der Unterschied nicht ganz so gigantisch wie bei den Kostenpflichtigen. Beziehungsweise viele haben eben bei dem kostenlosen Account eben nur die Social Media Plattform drin. Und es gibt nicht ganz so viele, die in dem kostenlosen Account, sage ich mal, auch diese Spotify, Apple, Deezer und so weiter mit drin haben. Und deswegen wollte ich euch hier nur eine kleine Übersicht geben. Also es gibt auf jeden Fall einige, die das anbieten und die könnt ihr natürlich dann auch nutzen. Es bleibt letztendlich euch überlassen, welchen Distributor ihr wählt und welche Art zum Beispiel vom Account ihr haben wollt und wie ihr das Ganze bezahlen wollt. Deswegen schaut euch einfach alles nochmal in Ruhe an, macht euch schlau, sucht euch den Distributor raus, der euch passt und dann legt einfach los und vertreibt eure Hörspiele. Das war es auch schon wieder mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte bei diesem Thema nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil es einfach vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Und ich wollte euch auch lediglich eine Übersicht zeigen von den ganzen Distributoren und nicht erklären, wie man jetzt wirklich sich bei den Distributoren anmeldet. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt mir Bescheid. Dann mache ich auch darüber ein Video, weil ihr wisst ja, ich bin ja bei Distributoren schon gelistet und könnt ihr dann das Ganze nochmal rekonstruieren und euch so eine kleine Anleitung geben, wie man das Ganze macht und welche Hürden es vor allem gibt. Wenn ihr vorab schon mal ein paar Informationen haben wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall meinen Vlog Way to Spotify empfehlen. Da erzähle ich so ein bisschen, wie ich zu Spotify überhaupt gekommen bin und ich erzähle auch, was am Anfang alles so schief gegangen ist. Da könnt ihr euch schon mal vorab informieren. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns. Bis dann.